Carlos Sainz Vescuesti Castro, mit Kurznamen Carlos Sainz Jr., ist ein spanischer Automobilrennfahrer. Er ist der Sohn des zweifachen Rallye-Weltmeisters Carlos Sainz. Er startete 2013 und 2014 in der Formel Renault 3,5 und entschied 2014 die Meisterschaft für sich. Seit 2015 geht er in der Formel 1 für die Scuderia Toro Rosso an den Start. Karriere Sainz begann seine Motorsportkarriere 2005 im Kartsport, in dem er bis 2009 aktiv war. Unter anderem wurde er 2008 Vizemeister der Spanischen und Meister der Asiatisch-Pazifischen Kf3-Meisterschaft. 2009 wurde er Vizemeister der Europäischen sowie Spanischen Kf3-Meisterschaft und Meister des Monegasischen Kf3-Kart-Cups. 2010 wechselte Sainz in den Formelsport und trat für Euro International in der europäischen Formel BMW an. Außerdem wurde er Anfang 2010 in das Förderprogramm von Red Bull aufgenommen. Sainz gewann ein Rennen und belegte als bester Neueinsteiger den vierten Platz in der Fahrerwaltung. Darüber hinaus nahm er für Euro International als Gaststarter an sechs Rennen der pazifischen Formel BMW teil und entschied zwei davon für sich. Außerdem absolvierte er Gaststarts in der European F3 Open und im Formel Renault 2,0 Euro Cup. Nach der Saison nahm er an einigen Rennen der Winterserie der britischen Formel Renault teil und wurde 18. 2011 startete Sainz für Khoranenbross Motorsport im Formel Renault 2,0 Euro Cup und in der nordeuropäischen Formel Renault. Im Formel Renault 2,0 Euro Cup wurde er mit zwei Siegen und 200 Punkten Wiesemeister hinter Robin Frintz, der 245 Punkte geholt hatte. In der nordeuropäischen Formel Renault entschied er mit zehn Siegen den Meistertitel im Duell mit seinem Teamkollegen Daniel Kavejat mit 489 zu 441 Punkten für sich. Darüber hinaus nahm er am Makao Grand Prix sowie als Gaststarter an einem Rennwochenende der Formel 3 Euroserie teil. 2012 ging Sainz für Khoranen in der britischen Formel 3 Meisterschaft und der Formel 3 Euroserie an den Start. Darüber hinaus war er in der europäischen Formel 3 Meisterschaft, zu der Läufe der britischen Formel 3 sowie der Euroserie zählten wertungsberechtigt. Sainz gewann ein Rennen, das zur europäischen Formel 3 zählte und erreichte in dieser Wertung den fünften Platz. Damit setzte er sich hier gegen seinen Teamkollegen William Buller, der sechster wurde, durch. In der Formel 3 Euroserie blieb Sainz mit zwei zweiten Plätzen als beste Ergebnisse ohne Sieg und wurde gesamt neunter. In der Euroserie unterlag Sainz Buller, der den fünften Platz belegte. In der britischen Formel 3 gewann Sainz fünf Rennen und wurde sechster der Fahrerwartung, während seine Teamkollegen Jakavi und Jatzemann Jaffa die ersten zwei Positionen erreicht hatten. 2013 wechselte Sainz zu MW Aden in die GP3-Serie. Mit einem zweiten Platz als bestem Resultat schloss Sainz die Saison auf dem zehnten Platz in der Fahrerwartung ab, während sein Teamkollege K.J. Watt die Meisterschaft für sich entschied. Darüber hinaus kam er 2013 bei fünf Veranstaltungen der Formel Renault 3,5 für Zeta Cross zum Einsatz. Dabei waren zwei sechste Plätze seine besten Platzierungen. Er wurde 19. im Gesamtklassement. Außerdem absolvierte er zwei Gaststarts im MSV F3 Cup einer britischen Amateur-Rennserie mit älteren Formel-3-Fahrzeugen und kam dabei stets auf dem ersten Platz ins Ziel. 2014 absolvierte Sainz die gesamte Saison der Formel Renault 3,5. Er erhielt ein Cockpit bei Demst dem Meisterteam der Vorsaison. An den ersten beiden Rennwochenenden in Monza und Elkenais gewann er je ein Rennen von der Pole-Position startend. Bei der vierten Veranstaltung in Spa-Frenka-Champs gelang es ihm, beide Läufe von der Pole-Position für sich zu entscheiden und in einem Rennen zudem die schnellste Rennrunde zu fahren. Auf dem Nürburgring gewann er ein weiteres Mal, in den Castellet erreichte er erneut zwei Siege. Sainz gewann die Meisterschaft und setzte sich mit 229 zu 192 Punkten gegen Pierre Gasly, der wie Sainz von Red Bull gefördert wurde, durch intern schlug Sainz seinen Teamkollegen-Nominato, der 89 Punkte erzielt hatte, deutlich. 2015 erhielt Sainz bei der Scuderia Toro Rosso ein Formel-1-Cockpit. Er wählte die 55 als seine permanente Startnummer. Bereits beim Saisonauftakt in Australien erzielte er als neunter erstmals Punkte. Im freien Training zum großen Preis von Russland war Sainz in einen schweren Unfall involviert. Er kam von der Strecke ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen die Streckenbegrenzung. Sainz wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus transportiert, überstand den Unfall jedoch unverletzt und trat zum Rennen am folgenden Tag an. Er schied dabei mit einem Bremsdefekt aus. Sainz' bestes Ergebnis war ein siebter Platz beim großen Preis der USA. Er beendete die Saison auf dem 15. Rang und unterlag intern Max Verstappen mit 18 zu 49 Punkten. 2016 blieb Sainz bei Toro Rosso. Verstappen war bis zum großen Preis von Russland weiterhin sein Teamkollege. Beim großen Preis von Spanien erhielt Sainz mit KW Jad einen neuen Teamkollegen. Nach dem sechsten Rennen belegte er den 13. Gesamtrang. Statistik Diese Statistik umfasst alle Teilnahmen des Fahrers an der Formel-1-Weltmeisterschaft. Stand